Herzlich Willkommen zu einem neuen FAQ. Wir thematisieren auch besonders heute mal die Frage, okay, ist der Zug schon abgefahren? Warum steigt der Bitcoin auf einmal so extrem und rasant an? Oder sollte man lieber warten? Zahlt sich hier die Geduld aus? Oder muss man jetzt so schnell wie möglich auf den Zug aufspringen? Wenn dir das gefällt, zeig mir gerne den Support mit einem Like. Und dann würde ich auch schon sagen, wir starten mal sofort rein in das Video nach dem Disclaimer. Und somit kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Es ist das 15. FAQ. Wenn dich weitere FAQs interessieren, am Ende des Videos verlinke ich dir auch das vorherige. Und da kannst du dich gerne auch weiter durchschauen. Ansonsten meinte ich, dass ich meistens am Ende des Monats kaufe. Und dass es jetzt natürlich durch diese Preise etwas unschöner geworden ist einzukaufen, machen wir uns mal nichts vor. Wir schauen mal ganz kurz rein. Der Bitcoin ist heute allein mal wieder 8% gestiegen. Und okay, es ist der 21. Es ist ein Samstag. Ich nehme das Video vorab auf. Das heißt, es könnte zum Zeitpunkt, wo du es schaust, etwas anders aussehen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein wirklich starker Anstieg. Und wir müssen wirklich sagen, wow, das haben wir lange nicht mehr gesehen. Und viele meinten zu mir auch, dieser Minipump führt zur FOMO. Was ist los mit euch? Aber genau das ist eben die Befürchtung. Was passiert, wenn es immer weiter pumpt? Was passiert, wenn der Kryptomarkt auf einmal weitere Niveaus und weitere Niveaus überbricht? Und dann kommt immer mehr und immer mehr FOMO ins Spiel. Und man fragt sich, ich hätte doch vorher doch lieber mal mehr einkaufen sollen. Jetzt ist Ethereum wieder auf 1.600. Langsam wird es gefährlich. Ich hätte doch einfach mal bei 16.000, 17.000 einkaufen sollen. Und genau das thematisieren wir heute. Denn wir sind von den alten FTX-Niveaus schon erstmal weg, müssen wir so sagen. Wir sind schon deutlich über der 20.000er Marke. Einige Altcoins gehen auch extrem durch Decke. Und die Frage ist jetzt, okay, sollte man einkaufen oder nicht? Für den Monat habe ich persönlich noch nicht eingekauft. Ich wollte erstmal sicher gehen, wie viel Budget habe ich denn wirklich zur Verfügung? Wie viel Geld brauche ich als Rücklagen und, und, und. Und genau diese Sachen haben mich eben davon abgehalten, beispielsweise am Anfang des Monats gleich zu investieren. Und für mich persönlich ist es einfach entspannter, am Ende des Monats einzukaufen, weil es das einfach so ergeben hat, muss ich sagen. Natürlich ärgerlich, weil der Kryptomarkt jetzt immer noch günstig ist. Machen wir uns nichts vor. Wir sind immer noch im guten Kaufbereich. Aber wir sind auch verwöhnt, was die extrem, extrem günstigen Einkaufsgelegenheiten waren. Denn wir waren wirklich eine Weile auf den 16.000, 17.000 und konnten uns ganz entspannt und ganz locker flockig einkaufen. Und persönlich, ich denke mal, viele von euch haben sich auch weiter gewünscht, dass wir weiter so lange unten bleiben und eben auch ganz entspannt einkaufen können, ohne Angst zu haben, irgendwas zu verpassen. Und jetzt haben wir hier gerade den Salat, ja. Ja, gerne mal auch in die Kommentare schreiben. Wollt ihr noch weiter einkaufen oder wollt ihr, dass der Markt langsam mal wieder nach oben steigt? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich persönlich möchte, dass der Markt noch weiter so gut wie möglich unten bleibt, damit man sich ganz entspannt einkaufen kann, ohne Stress. Dann würde ich mal sagen, wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar, was hat sich denn von 2022 zu 2023 geändert? Was ist besser geworden? Ja, viele verstehen nicht, warum der Kryptomarkt auf einmal pumpt und viele meinten auch, nichts ist besser geworden, dass es Panik mache. Und auch wenn ich glaube, das kann auf jeden Fall ein Fake Pump sein und etwas Manipulation ist im Kryptomarkt generell fast immer im Spiel, ja, muss ich ehrlich sagen, es haben sich so einige Dinge doch ins Positive verändert. Der Binance-Fat ist weg. Wir wissen, wir haben mehr Klarheit, okay, Binance ist doch nicht so korrupt, wie es womöglich dargestellt wird, beziehungsweise Binance ist wenigstens liquide und hier sind keine Probleme vorhanden. Das war ein großer Stressfaktor. Und das war auch ein Grund, warum Krypto nicht angestiegen ist. FTX-Crash, ja, womöglich werden die Funds zu 50% oder zu einem ordentlichen Prozentteil wieder an den Nutzer ausgeteilt. Womöglich kommt FTX auch wieder in eine Neueröffnung. Das heißt, alle Probleme, die wir damals hatten, auch kryptointern, sind weg. Und genau das führt eben auch zu einem recht starken Anstieg. Zu denen haben wir Inflationszahlen, die immer und immer niedriger werden, ja. Überraschenderweise sehen wir jetzt schon recht bessere Auswirkungen, ja. Und wenn das so weitergeht, dann kann das wohl möglich sein, dass wir immer weiter und immer weiter ansteigen, weil die Menschen auch wieder weniger Angst haben. Das sehen wir auch am 4. Greed-Index, ja. Wir sind jetzt wieder auf ungefähr 51 oder 55. Wir sind wieder von den roten Zahlen weg. Und das ist etwas, was auch die Kurse sichtbar verändert, okay. Und deswegen meinte ich auch, ja, wir bekommen langsam immer mehr und mehr Klarheit und es wäre doch schlimm, wenn nichts vorangehen würde, ja. Denn es gibt viele Crash-Propheten, die selber sagen, okay, Bitcoin auf 12.000, Bitcoin auf 10.000. Auch wenn ich das selber wirklich gerne sehen wollen würde, ja. Wenn man dann unglaublich günstig einkaufen kann, tanzt der Markt nicht nach unserer Pfeife, sondern wir müssen uns nach dem Markt richten. Und das war schon immer so. Zudem zeigt Bitcoin und der Kryptomarkt gerade im Vergleich zum traditionellen Märkten wirklich Stärke. Und zeigt auch, wofür Krypto eigentlich bekannt ist, ja. Und zwar schnelle und rasante Anstiege. Und man merkt die FOMO immer und immer mehr. Und deswegen kommen auch die Fragen beispielsweise zu Solana. Hey, wie hart denkst du, wird es fallen nach dem Anstieg? Denn es ist einfach so, nach jedem Anstieg kommt ein Fall. Es geht nicht immer nur nach oben, es geht nicht immer nur nach unten. Und da ist jetzt die Frage, okay, würde es sich lohnen, noch in Solana einzusteigen, wenn das korrigiert? Zudem, ja, Solana, ein weiterer Todeskandidat, konnte sich ebenfalls sehr, sehr gut retten. Das heißt, wir sehen, im Kryptomarkt geht es deutlich besser, als es vor ein, zwei, drei Monaten ging, ja. Und ich persönlich habe Solana eigentlich nie wirklich abgeschrieben. Für mich gab es immer zwei Szenarien. Und zwar, Solana wird entweder extrem, extrem stark abgestraft. Und zwar, wir wurden schon stark abgestraft, ja. Aber ich könnte mir auch wirklich das Szenario vorstellen, wenn wir weiter bärisch gewesen wären, wenn die Makrodaten nicht gut wären, wenn die Kryptointern-Daten auch nicht gut wären, dann hätte ich mir sehr, sehr gut vorstellen können, ja, dass Solana noch weiter abgestraft werden würde auf 5 US-Dollar, auf 4 US-Dollar. Wenn sich das extrem lange gezogen hat oder hätte, dann hätte ich sogar auch Solana auf einem US-Dollar gesehen. Aber für mich persönlich war immer so im Kopf, Solana wird zwar stark abgestraft, aber diese Kryptowährung wird nicht sterben. Sie hat eine extrem starke Fanbase. Sie hat einen wirklichen Use Case. Und auch wenn sie viele Probleme hat, ist diese Kryptowährung nicht ohne Grund so erfolgreich gewesen, okay? Und deswegen gab es für mich erstens dieses Szenario, was ich sehr, sehr gerne präferiert hätte, muss ich wirklich so sagen. Oder eben das Szenario, was wir jetzt haben, dass sich Solana trotzdem wieder stark erholt und wieder auf alte Niveaus zurückkehrt, beziehungsweise auf fast alte Niveaus zurückkehrt. Aber für mich kommt Solana nur in Kaufkurs, wenn diese Kryptowährung extrem, extrem stark abgestraft wird. Und genau deswegen meinte ich zu mir auch, okay, entweder wir fallen extrem tief, dann kaufe ich ein, oder die Kryptowährung macht das, was sie jetzt macht, und mir ist es egal. Dann denke ich mal, hätten wir das mit dem Einkaufen und Verkaufen fertig thematisiert. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich muss noch abwägen, ja, wenn ich Kryptowährung einkaufe, dann gebe ich euch Bescheid. Ich werde mir sehr, sehr wahrscheinlich alle Zero und Bitcoin kaufen. Ich werde aber auch auf einen Pullback warten, okay? Denn ich habe dennoch ein Problem, in grüne Kerzen einzukaufen. Ich denke mal, das könnt ihr auch selber nachvollziehen. Und dann würde ich mal sagen, wir kommen zu einem Beitrag. Ich denke mal, viele wissen, dass es viele Bots und viele Scammer gibt in den Kommentaren. Also einfach bitte melden und nicht drauf reinfallen, ja. Auch wenn irgendwie Leute schreiben, hey, kommen Sie in meine Telegram-Gruppe oder sonst was. Ich werde niemals jemanden mit Sie ansprechen. Und das fand ich aber ganz lustig. Danke, Knospe, dass du uns finanziell auf dem Laufenden hältst und so weiter. Ja, wollte ich einfach nur mal thematisieren, weil das meistens Bots sind. Das sieht man auch, dass extrem viele Kommentare mit dabei sind und dass sehr, sehr viele Likes mit dabei sind. Und dann ein Thema, was ich ebenfalls sehr, sehr interessant finde. Und zwar geht das Ganze hier um den Ledger, um die eigene Verwahrung. Und da müssen wir ehrlich sagen, es ist auf den ersten Blick doch recht kompliziert. Es ist gar nicht mal so einfach. Man weiß gar nicht, hey, was ist denn das jetzt? Und viele wollen das Ganze einfach nur auf den Börsen lassen. Und da muss ich eben sagen, ja, wir sind in der Krypto-Lation schon weit vorangeschritten. Aber es ist dennoch schwer verständlich, besonders auch für die ältere Generation, sagen wir es mal so, die auch nicht mit dieser Technologie aufgewachsen ist. Dann ist es natürlich schwerer zu verstehen. Und da sehe ich aber auch noch extremes Potenzial mit drin, okay? Deswegen habe ich auch beispielsweise ein Video gemacht, VeChain auf den Ledger Staking Anleitung und habe es versucht, so einfach wie möglich zu erklären, damit du den maximalen Mehrwert rausziehst. Denn viele Videos sind nicht so gut gestaltet, dass man da wirklich eins zu eins folgen kann. Und genau deswegen habe ich dieses Video gemacht. Aber wenn wir das mal positiv betrachten, ja, dass das Ganze dennoch vielleicht etwas schwer ist für den einen oder anderen, besonders auch für Neulinge, dann müssen wir uns mal überlegen, okay, was passiert denn, wenn die Kryptadaption weiter und weiter und weiter voranschreitet und auf einmal viel, viel mehr Leute Zugang haben, auch zu den Informationen, alles viel einfacher gestaltet ist, dann werden wir diejenigen sein, die profitieren, weil wir seit Anfang an dabei waren, okay? Und das sehe ich ebenfalls auch als einen Vorteil, sagen wir es mal so, ja, immer aus dem Negativen auch versuchen, was Positives rauszuziehen. Und da ich, wie gesagt, den maximalen Mehrwert mitgeben möchte, kommt jetzt auch mal wieder ein weiteres Thema zum Steuertool Coin Tracking. Und zwar kannst du ein Video über Coin Tracking machen, da muss ich euch sagen, ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, wie du alles Step by Step richtig machst. Link es dir auch gerne hier oben, kannst du dir gerne anschauen, ist meiner Meinung nach wirklich eine Pflicht und besonders zum Anfang des neuen Jahres hat man wenigstens die Motivation, alles noch durchzuziehen, was wirklich wichtig ist, was man sonst aufschieben würde, wo man sonst prokrastinieren würde. Deswegen mein Tipp für das Video auf jeden Fall, falls du noch keine Steuern gemacht hast, dann musst du das machen und mach das lieber vorher als später. Deswegen Coin Tracking natürlich auch verlinkt mit meinem Ref Link beziehungsweise Affiliate Link unterstützt du mich erstens und zweitens sparst du auch noch mal satte 10%. Und da einige auch noch Fragen haben, okay, was ist denn jetzt, wenn ich bei Coin Tracking zum Beispiel Sachen auf den Ledger ziehe, da steht da ja Auszahlung, behandelt das Finanzamt als Verkauf, da herrschen noch ein paar Unklarheiten und da muss ich sagen, schreibt mir gerne so viele Fragen, wie ihr habt zu Coin Tracking, unten in die Kommentare, denn ich habe mich auch mit dem Team auseinandergesetzt, sehr, sehr sympathische Leute und da kann ich mich gerne auch mit den Steuerberatern von denen auseinandersetzen, die Fragen auch stellen, die ihr mir hier stellt, ja, kann ich weitergeben, wir können uns alles thematisieren, damit wir den maximalen Mehrwert rausbekommen und ich denke mal, das ist somit das Coolste, was es gibt. Deswegen, wie gesagt, nutzt die Chance auf jeden Fall, macht das lieber jetzt, fragt auch gerne eure Fragen und dann denke ich mal, somit ist jedem geholfen. Coin Tracking eine Steuersoftware, die allererste, die es gab, 2012 entwickelt, 2013 ging das Ding live, hatte eine Million Nutzer, ohne einen Cent Werbung zu bezahlen, ja, einfach meine Plattformen der Wahl, sehr, sehr einfach gestrickt und das Geld, was man dafür investiert, ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall wert. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat, dass du auch einen Mehrwert daraus ziehen konntest. Falls du weitere Fragen hast, nicht nur zu Coin Tracking, kannst du auch gerne andere Fragen stellen, dann gerne unten in die Kommentare, dann beantworte ich die dir auch sehr, sehr gerne im nächsten FAQ, am nächsten Sonntag. Ansonsten würde ich sagen, genieße auf jeden Fall dein restliches Wochenende, den restlichen Sonntag und wir sehen uns auch im nächsten Video dann. Peace out.